Ladies and Gentlemen, on behalf of your Lufthansa crew on duty today, we would like to show you the safety features on board. We would appreciate your attention. Bitte schenken Sie uns jetzt Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wenn Sie etwas in die Fächer über den Sitzen verstauen, achten Sie darauf, dass es nicht herausfallen kann. Bitte vergewissern Sie sich, dass schweres Handgepäck sicher unter dem Vordersitz verstaut ist. Wir bitten Sie jetzt, Ihren Sicherheitsgurt zu schließen und festzuziehen. Um sich wieder loszuschnallen, brauchen Sie den Verschluss des Gurtes nur anzuheben. Da unerwartet Turbulenzen auftreten können, sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, sobald Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben. Dies dient Ihrer eigenen Sicherheit. Dieses Flugzeug hat zwölf Notausgänge. Leuchtstrahl.